Dein Name, nicht unserer. Du ordnest dein Leben, bist sympathisch und korrekt. Hast planieren, bist höflich, hilfsbereit und auch geschickt. Du kannst dich benehmen, fluchst selten, bist ein Sonnenschein. Und jeder, der dich kennt, möchte genau wie du sein. Das Leben sollte dich lieben. Wie du lachst, lacht es zurück. Dein Karma müsste gut sein, doch oftmals hängt es nur am Glück. Du kannst noch für korrekt sein, noch so sauberen Lippen rein. Wenn dein Nachbar ein Arsch ist, ist es unmöglich, nett zu sein. Und das hat zur Folge, dass du auch anders kannst. Selbst über Kleinigkeiten kannst streiten, dich ereifern. Du warst so ein Schatz, ich hab gedacht, du bist phänomenal. Doch mittlerweile ist dir auch das scheißegal. Das Leben hätte dich lieben sollen, so wie du lachst, lacht es nie zurück. Dein Karma ist voll daneben, doch vielleicht hast du ja Glück. Das Leben hätte dich lieben sollen, so wie du lachst, 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 lachst. Du kannst noch für korrekt sein, noch so sauberen Lippen rein. Wenn dein Nachbar ein Arsch ist, ist es unmöglich, nett zu sein. Du kannst noch für korrekt sein, noch so sauberen Lippen rein. Wenn dein Nachbar ein Arsch ist, ist es unmöglich, nett zu sein. Der Nachbar ein Arsch ist, ist es unmöglich, nett zu sein. Du kannst noch für Gott, dass du das Ding auf den anderen Arsch ist. Dass du auch ein Arsch ist, ist es unmöglich, nett zu sein. Und wenn dein Nachbar ein Arsch ist, ist es unmöglich, sticht zu sein. Um, dass die Nachbar ein Arsch ist, ist es unmöglich,양žst du bist. Untertitelung des ZDF, 2020